In der Inselwelt Südostasiens scheinen die Tierwelten eigenartig getrennt. Im Südosten leben exotische Vögel, Baumkängurus und andere Beuteltiere wie in Australien. Im Nordwesten hingegen asiatische Tiere wie Affen, Elefanten und Tiger. Wie kam es zu dieser Trennung? Im 19. Jahrhundert hatte der Naturkundler Alfred Russell Wallace eine Theorie. Der Meeresspiegel war hier einst niedriger, die Inseln über Landbrücken verbunden. Dazwischen blieb jedoch eine Wassergrenze, die die Tiere nicht überqueren konnten. Als der Meeresspiegel wieder stieg, blieb diese Trennlinie bestehen. Sie wurde zu Ehren des Forschers Wallace-Linie genannt. Wallace' Erklärung war genial, jedoch nicht ganz richtig. Heute wissen wir, vor 50 Millionen Jahren lag zwischen Australien und Asien ein riesiger Ozean. Erst durch die Drift der Kontinentalplatten kamen die beiden Welten näher zueinander. Die geologischen Kräfte verformten Land- und Ozeanboden. Inseln tauchten auf und verschwanden wieder. Die Tiere nutzten sie wie Trittsteine. Aber entlang der Wallace-Linie gab es immer eine Grenze. Tiefe Ozeangräben und starke Strömungen. In der Inselwelt Südostasiens scheinen die Tierwelten eigenartig getrennt. Im Südosten leben exotische Vögel, Baumkängurus und andere Beuteltiere wie in Australien. Im Nordwesten hingegen asiatische Tiere wie Affen, Elefanten und Tiger. Wie kam es zu dieser Trennung? Im 19. Jahrhundert hatte der Naturkundler Alfred Russell Wallace eine Theorie. Der Meeresspiegel war hier einst niedriger. Die Inseln über Landbrücken verbunden. Dazwischen blieb jedoch eine Wassergrenze, die die Tiere nicht ueberqueren konnten. Als der Meeresspiegel wieder stieg, blieb diese Trennlinie bestehen. Sie wurde zu Ehren des Forschers Wallace-Linie genannt. Wallace-Erklärung war genial, jedoch nicht ganz richtig. Heute wissen wir, vor 50 Millionen Jahren lag zwischen Australien und Asien ein riesiger Ozean. Erst durch die Drift der Kontinentalplatten kamen die beiden Welten näher zueinander. Die geologischen Kräfte verformten Land- und Ozeanboden. Inseln tauchten auf und verschwanden wieder. Die Tiere nutzten sie wie Trittsteine. Aber entlang der Wallace-Linie gab es immer eine Grenze. Tiefe Ozeangräben und starke Strömungen. In der Inselwelt Südostasiens scheinen die Tierwelten eigenartig getrennt. Im Südosten leben exotische Vögel, Baumkängurus und andere Beuteltiere wie in Australien. Im Nordwesten hingegen asiatische Tiere wie Affen, Elefanten und Tiger. Wie kam es zu dieser Trennung? Im 19. Jahrhundert hatte der Naturkundler Alfred Russell Wallace eine Theorie. Der Meeresspiegel war hier einst niedriger. Die Inseln über Landbrücken verbunden. Dazwischen blieb jedoch eine Wassergrenze, die die Tiere nicht überqueren konnten. Als der Meeresspiegel wieder stieg, blieb diese Trennlinie bestehen. Sie wurde zu Ehren des Forschers Wallace-Linie genannt. Wallace' Erklärung war genial, jedoch nicht ganz richtig. Heute wissen wir, vor 50 Millionen Jahren lag zwischen Australien und Asien ein riesiger Ozean. Erst durch die Drift der Kontinentalplatten kamen die beiden Welten näher zueinander. Die geologischen Kräfte verformten Land- und Ozeanboden. Inseln tauchten auf und verschwanden wieder. Die Tiere nutzten sie wie Trittsteine. Aber entlang der Wallace-Linie gab es immer eine Grenze. Tiefe Ozeangräben und starke Strömungen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020